In der letzten Sendung, in der Gabriel Vetter bei uns zu Gast war und seine Web-Only-Serie vorgestellt hat, Güssel, hat sich Viktor geoutet und erzählt, dass es schon immer so ein Bubentraum sei, dass er auf so einem Kübelwagen auch mal hinten drauf mitfahren darf. Ja. Diesen Bubentraum möchte ich Viktor jetzt erfüllen. Ich habe ihn doch hin gelockt, unter dem Vorwand, hier wäre dein neuestes Modell vom Commodore C64 präsentiert. Hey! Hallo! Hallo. Hallo! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist so late zu sehen.